Ja, hallo Leute, wir sind so Allgamer 2012, ich bin Crafter P. Und du? Äh, auch mich nicht. Und ich bin, ich bin Solo 1. Komm mal, komm mal mit hier in meinen Garten. Crafter, ey! Alter. Ach, der Spinnoi-Jun. Hi. Ja. Äh, ich wollte ja jetzt nochmal mein Dings bauen. Ja, den eingeladen, den kann man doch gar nicht. Nee, Huchen sollen, Alter. Nee, den kann man nicht. Ich baue jetzt mal noch mein Dings, äh, meinen Zaun-Tor. Und ich? Dann gehen wir meinen. Kannst du ja, wenn du nicht unbedingt bei Crafter P. wohnen möchtest, kannst du dir ja hier dieses 3-Haus hier noch nehmen. Ah, der wohnt schon bei mir. Nein, wenn er nicht möchte, kann er sich ein... Nein, nein, nein. Nein, wir machen schon eine Gemeinschafts-WG. Und wenn ihr euch fragt, warum das hier alles jetzt so anders ist, das ist, ähm, irgendwie ist das weggegangen. Ist Inventar und alles so bei uns. Äh. So, Inventar wurde wie Sette zwei Versionen, Änderungen und so. Ja. Die Montagland. Ich bin nur noch 20 Fleisch von mir weg. Äh, das nehme ich mal. Mal kurz. Einzeln. Sechs. Gesehen. Wieder wieder weg. Nehmen hier. So, drei. Stück mal uns. Dein. So. Lukas, hast du zufällig noch Sam oder so? Ja, drei. Äh, könntest du mir die... ...mit die geben? Also hier habe ich das Haus, was ich dir anbieten würde, wenn du nicht unbedingt bei Paul Wohl. Wir machen ja eh später alle Gemeinschaftshaus. Auch mal ja vor. Ich gebe nur meinen Druckerfrau, ob ich mich machen. Danach. Na, bei mir wohnt natürlich. Ja. Wir bauen das Haus wieso noch? Luxushaus. Und dann bauen wir es nicht lang. Du musst ja an der Lava vorbei. Oder... Ich würde mich da nicht unbedingt langgraben, weil da ist Lava. Ja, klar. Ja. Da ist nämlich die Lava. Ja, ich kann mich da einfach irgendwo hier bringen. Ja. Bisschen weiter runter könnte es ja nicht kommen. Wir sind ja auf Höhe 56. Und es tut mir noch mal leid, dass die letzte Aufnahme von Dings missglückt ist. Aber, ja, ich habe einfach die Tonspur bei Frips vergessen einzustellen. Aber ich denke mal, jetzt müsste ich eigentlich mit dabei sein. Ich habe das Problem eigentlich gelöst. Ja, bei mir wird die automatisch. Ich brauche... Ich brauche nirgendwo meine Häkchen setzen. Dafür habe ich das Problem, wenn irgendwer eine Tonspur benötigt, fehlt die dann. Könnte ich dann keinem liefern. Könntest du höchstens das Video schicken? Genau, das Video könnte ich da schicken. Ich habe es noch nicht. Meine Kohle. Microphone muted. Okay. Äh, hat mir wieder gefunden. Auch abonniert uns, kostet das schließlich nichts, sagt der Crafter M immer. Ja, und bis dann sagt Crafter P nochmal zum zweiten Mal. Ciao, ciao.